Hallo Leute, Protoss hier. Herzlich willkommen zu meinem Let's Play Dishonored. Wie ihr seht, ihr habt noch nichts verpasst. Ich habe jetzt gerade eben hier den Command freigelassen und das Ziel ist, da. Finde Campbell und Gernhof im Befreichungszimmer des Oberaufsehers und neutralisier den Oberaufseher. Das ist das Ziel. Okay. Ich muss in die Richtung. Wie war das mit dem Teleportieren? Aha. Okay. Ach, das geht noch höher. Oh. So. Ja. So. Von hier kann ich dann nämlich da hochspielen. Sehr schön. Ich las just in den Archiven vom Zeichen des Ketzers. Es klang schmerzhaft. Haben Sie je das Ritual gesehen? Ich habe es niemals zur Anwendung kommen sehen. Nein. Es ist sehr selten. Du suche das Archiv. Okay. Da muss ich erstmal da hinkommen. Ein ehemaliges Mitglied unseres Ordens versteht sich. Auf einer Klausur passierten wir ein Fischerdorf und da saß das er betteln soll. Haben wir denn schon nachsicht? Das bringt doch gar nichts. Ach gut. Oder gar den Oberaufseher reserviert, der unsere Gesetze bricht und für immer ausgestoßen werden muss. Befolgen Sie die sieben Werte. Und Sie müssen sich auch über keine Sorgen machen. Das werde ich, Bruder. So, der ist schon mal weg. Ja, ich werde versuchen, den zu töten, ne? Ganz klar. So. Kumpels werden wir nicht. Ist auch nicht schlimm. So, die Ratten, die fressen dich, ne? Ich lege dich mal hier so in so einer Ecke. Nein, nicht wachen. Wo ist er denn? Jetzt kommen die, ne? Nein, hoffentlich nicht. Hoffentlich ist es noch nicht zu spät. Wo lege ich den denn hin? Ist denn hier so in die Ecke? Hier irgendwas? Nein, Buch. Zum Aufheben ist hier nichts da. Doch. Anbruchspolsen, das ist schon mal gut. Schrank kann man auch. Und was ist denn da? Kabelwerkzeug. Der ist rein. Muss ich doch mal hier durchgucken, ne? Der ist da hinten. Ich werde mal meine Armbus ausrüsten. Ich habe nur zwei Bolzen. Betäubungsbolzen. Ah, Armbus. Spiele auf deiner Art. Alternative Wege. Es gibt viele Wege durch deine Mission. Ja, okay. Ah, der sieht mich schon. Irgendwie. Guck mal, was hier unten geht. Mal bestimmt durch irgendein Tunnel. Was? Bitte. Was könnte ich denn eigentlich? Aber dann würden die mich sehen, ne? Ich gehe dem Tunnel mal nach. Guck mal, wo ich da rauskomme. Ach du liebe Zeit. Jetzt bin ich ja total Fan ab. Hier sind auf jeden Fall Bolzen. Zwei weitere. Und ein Gesundheitselixier. Aber sonst komme ich... Doch, hier die Kette, ne? Komme ich denn? Ja. Die Kette gucke ich hoch. So, und jetzt bin ich... Wo bin ich denn jetzt? So. Die Luft scheint rein zu sein. Ich bin natürlich eine Etage zu. Was hier? Zu den Swingern. Ne, das sind Hunde. Das ist gar nicht gut. Ich gehe jetzt einfach durch die Tür hier oben. Aber erst gucke ich mir das mal an. Sieht gut aus. Jetzt bin ich einmal im Kreis gekrochen, oder was? Hier, und da soll ich durch? Brandmarktsanweisungen. Ja, da hilft, glaube ich, nur Kampf, ne? Oder? Nee, da komme ich in das Haus, in das Gebäude rein. Das ist ja schon mal nice. Ich kann Campbells Tagebuch nirgendwo sehen, Bruder. Das war eine dumme Idee. Wenn er uns hier erwischt... Ich habe doch schon hundertmal gesagt, dass ich Campbell oben mit dem hat, man der Wahl trifft. Er wird stundenlang beschäftigt sein. Also, such weiter. Und ich habe dir schon hundertmal gesagt, Archer, dass ich sicher bin, dass er sein schwarzes Buch stets bei sich trägt. Wir sind für nichts und wieder nichts in Campbells Allerheiligstes eingebrochen. Pst, hör mal. Was mag ich? Mehr war hier nicht zu finden, kann ich mir gar nicht vorstellen. Wie war das denn noch mit dem Herz, ne? Hier gibt es bestimmt irgendwo... Ah, die Rune da unten drin, kann das vielleicht sein? Ich würde mich vielleicht lieber nochmal eben kurz gucken. Ne, die Rune, die ist natürlich in dem komischen Zimmer da. Oder Armbrustbolzen geladen. Scheiße. Oh, 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 oh. Das habe ich verkackt. Weil ich die nicht mehr auskriege. Ja, okay. Oh. Ich habe doch auch Kugeln, ich habe doch auch Kugeln. Weg, du Hund. Schieß nicht auf mich. Boah, Leute. Huh, das war knapp. Das war knapp den Weg freigeschossen. Jetzt kann ich die Penner hier auch liegen lassen. Gar nichts tragen. Jetzt kann ich mich hier in Runde umgucken. Öffnen. 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 So, und hier hat doch auch irgendwo, ohne die Schlechte da oben. Das muss ich hier so gut. Toll, hier gibt es nichts. Oh. Habe ich irgendjemand? Oh. Weg. So, hier habe ich das Besprechungszimmer. Gehe ich doch mal locker rein zu den Herrschaften. Ich hoffe, ihre Reise war problemlos. Ich höre die Wache halt schmiert. Wo ist das jetzt aus? Wo? Ja, unter mir. Ach so, hier. Die Gläser. Meine Männer durchkämmen ein Bezirk nach dem anderen. Das arme Müll. Oh. So jetzt muss ich hier irgendwie raus kommen. Die Träume. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, das sieht schlecht aus, ne? So, ich habe immer noch das Problem, dass ich hier raus muss und ich muss Oberaufseher Kämpfe töten. Ach, dann muss ich das Artefakt auch wiederholen, ne? Ja. So, das haben wir gefunden. Jetzt muss ich nur irgendwie zu diesem Oberaufseher gelangen. Da gehe ich einfach die Treppen runter, ne? Soll der Geist. Nimm mich mal lieber Betäubungspulzen. Und vielleicht nicht ganz so viel Krach, ne? Kurzentscheidung. Schlüssel für das Vorzimmer erforderlich. Warte mal hier. Hier ist das Verhörzimmer. Ja, super. Das hat ja jetzt auch schon mal sehr viel gebracht. Gesundheits-Elixier, immerhin. Ja. Da habe ich jetzt so ein kleines Problemchen. Da hinten geht's. Ja. Ja, der hat mich jetzt direkt gesehen. Da ist der Oberaufseher Kämpfe, den brauche ich aber nicht mit Träumen, den werde ich direkt töten, ne? Oh, das kann doch nicht wahr sein. Wo sitzt der denn? Der Fliegenschiss. Direkt den Kopf abgezachelt. Ich muss mal sehen, was passiert, wenn ich ihn nochmal in die Finger bekomme. Sack. Haben wir sein Metropolitan Unb Gus? Oh! Hääääh,... Eich ol. Woah. Jetzt muss ich zu dem komischen... Dann mal hier... Wieso kann ich das hier nicht aufnehmen? Ah, weil da Glas vor war, okay. Das gibt alles Knete... Jetzt muss ich halt nur gucken... Elend im Vorschein! Macht Krach. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich hier rauskomme. Ah, nicht vergessen. Hab ich. Und jetzt mit dem Schiffer treffen. Da spring ich jetzt mal locker rüber. Aber erstmal gucken... Oh, ne. Da sind Wachen. Dafür hab ich ja mein Ding, das ist mein Telekupieren. Runen- oder Knochen-Artefakte nennen her. Knochen-Artefakte. Rune-Rune in 57 Metern... Sollte ich mir die Rune geben? Ich werd's versuchen. Knochen-Artefakte. Wär cool gewesen, wenn ich so ins Wasser hätte springen können. Wär cool gewesen, wenn ich so ins Wasser hätte springen können. Ja, einwandfrei. Soweit ich weiß, hat Campbell nichts ausgelassen. Vielleicht sollte ich nicht urteilen. Aber Männer des Glaubens sollten sich zügeln. Sind Sie bereit? Natürlich. Ich bin bereit geboren. Okay, los geht's. Admiral Havelock und Lord Pendleton sind im Hof. Sie wollen Ihnen vermutlich gratulieren. So, mein erstes schönes Attentat. Für mich prächtig. Ach hier, die wartet auch schon auf mich. Mein Onkel ist tot, oder? Er kam nie von dem Treffen mit Oberaufseher Campbell zurück. Ja, nun. Warum hab ich mir Hoffnungen gemacht? Mein Onkel war besser zu mir als mein Vater. Ein Vorbild für seine Familie. Sie sind alle korrupt. Wenn das funktionieren soll... So, jetzt sprechen wir hier noch mit dem... Otto. Geschafft. Sie haben Oberaufseher Campbell entgegen allen Erwartungen bezwungen. Entgegen allen Erwartungen. Dadurch fügen wir dem Lord Regenten großen Schaden zu. Und mit Martin verfügen wir über den besten Strategen überhaupt. Der Lord Regent muss sich im Tower vor Angst in die Hosen machen. Ja. Und nicht zu vergessen Campbells Tagebuch. Wir hoffen in dessen verschlüsselten Seiten den Aufenthaltsort und Zustand von Emily Cordwyn zu finden. Mhm. Unsere ganze Bewegung ist sinnlos, wenn wir nicht die wahre Thronerbin einsetzen können. Wir müssen rasch handeln. Zweifellos hält der Lord Regent Emily gefangen. Zweifellos. Und als Held und Retter aufzutreten... Und er steht da auch locker eine Kippe und er schießt hier Kugeln und säuft. Wird es Grabenkämpfe zwischen den Edelleuten über die Nachfolger der Kaiserin geben? Okay. Ja. Die Zeit läuft uns davon. Aber Sie sollten sich jetzt ausruhen, Corvo. Wir werden den Inhalt des Oberaufseher Tagebuchs entschlüsseln und Ihnen später mitteilen. Ja. Pause. So. Wo spreche ich mit dem Admiral? Irgendwie was? Ja, ich denke, das Gespräch mit Admiral Havelock lasse ich für meinen nächsten Part. Ich hoffe, ich konnte euch bis hierhin gut unterhalten. Und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, bleibt sauber und schaltet euch senkrecht. Euer Protoss. Tschau.